Die Brüder kippen. Eigentlich wollten sie nur mal raus aus dem täglichen Trott. Aber sie treffen auf diese Gesellen. Hilfe! Was hast du von deiner Gutmütigkeit? Wir können anders. Stars. Und Männer mit Gefühl. Wir sind Mörder. Haben wir auch nicht gewusst, aber sind wir. Das sind ja ganz schwere Jungs. Wo wollt ihr hin? Gut fahren wir eigentlich. Mal. Wir können auch anders. Gott, oh Gott, ihr seid ja schöne Spinner. Ein Film von Bock. Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Im Kino. Mal. Mal. Mal.